Was ist das hier? Das gehört schon zu Äftel. Ja. Zeltfest haben sie hier. Das nennt sich Äftel. Äftel, genau. Nicht Äftel, sondern Äftel. Sogar ein Willkommensschild haben sie. Heute sind wir auch da, am 21. Oktober 2012. Äftel. Wir machen hier große Reportagen. Was ist das denn hier in Äftel? Ja. Hier ist ja alles ein bisschen rund. Gibt es auch hier. Guck mal, eine Tankstelle haben sie. Ja. Äftel. Im kleinsten Nest hier. Die völlige Verbundheit. Ja, auch nicht nur die Fassade. Äftel. Da fahren wir erstmal so durch. Und dann drehen wir auch mal auf. Mal gucken, was wir so machen. Hier ist sogar eine Kirche. Härfte. 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 Da fahren wir nur längs. Draht längs, links rum. Härfte. Härfte. Da ist Pistrojö. Machen wir überall noch anhalten, wenn wir Hunger haben hier. Pistrojö. Hier auch wieder diese gelben Steine, die es bei uns nicht so gibt. Die gibt es aber in Herfte, ein bisschen bei Nachfragen. Ich weiß nicht, ob die so stammt hier sind mit den roten. Aber in Herfte hier haben wir schon was gesehen, das ist ja alles. Na gut, das ist ja rot und das ist gelb hier. Das Haus ist immer gelb. Was alles so gesund ist, wenn er so zusammen ist, das weiß ich nicht. Mal gucken, was wär's denn. Oh, tschüss.